ja hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde bei geld verdienen im internet mit trading mit forex mit binären optionen mit krypto und mehr ich nehme euch heute mal wieder mit um euch zu zeigen wie es ist in der trader gang zu sein und ja jeden tag signale mit uns zu traden und ja lasst euch überraschen hier blinkt der bildschirm jetzt zwar ein bisschen aber nach diesem nach diesem trade die natürlich gepostet habe auch in unserer trader gang mal gucken hier in unserer live gruppe schauen wir mal ob wir das hier rauskriegen so wie gesagt live gepostet für das live trading hier unten mit der einzeichnung sogar wie ihr seht ein zeichnen der linie und den einstieg ja trade natürlich drin wie wir sehen hier mega der allererste heute der gibt gepostet wurde und ich mache mal war leider zu spät aber ja jetzt war ein win ja ja okay das war ein bisschen gestammelt von mir weil ich jetzt ein bisschen konzentriert war wie gesagt ich nehme euch heute wieder mit auf die reise in unserer ausbruchstrategie mit unserer ausbruchstrategie wir traden die zusammen ob es im live trading ist oder in unserem trader raum hier jeden tag mit unseren mitgliedern die mitglieder bekommen auch das ebook davon die können also die lernen da wirklich live jeden tag ob es im live trading ist per google meet video live schaltung oder jeden tag ja auch im trader raum ihr lernt hier unsere ausbruchstrategie von der picke und könnt wirklich nach kürzester zeit dann allein trading mit dieser strategie und wie erfolgreich die ist werden wir jetzt sehen meine freunde wenn wir jetzt sind ich nehme euch mit ich suche den nächsten trade raus machen kleines päuschen für das klauschen und wir sehen uns gleich ja meine besten und hier das nächste signal was ich rein schreibe wir warten ja ab dass es aus schweizer franken 86 prozent warten hier ab auf den ausbruch nach unten wir schauen in die vergangenheit ob man da noch ein support sehen nein sind wir nicht und ja ich bin mir sicher wenn er hier ausbricht also hier ausbricht nach unten dass wir da einen schönen trade wieder bekommen wie gesagt wir haben ja auch ein ebook wo das natürlich alles beschrieben wird unsere trades wie diese strategie funktioniert das könnt ihr lernen aber ihr lernt das sowieso im live trading mit uns wenn ihr einmal der trader gang seid dann habt ihr wie gesagt live trading jeden tag hier im trading raum mit uns zusammen ja da lernt ihr das auf die schnelle wirklich auf die schnelle und seit profitabel mit dieser strategie garantiert wie in die trader kommt erzähle ich euch am ende des videos und ja ich warte bis der ausbruch kommt und melde mich gleich wieder so meine lieben freunde wir also ich habe einen neuen trade gepostet das ist der euro türkische lira und zwar nach oben unserer ausbruch ist habe ich hier eingezeichnet kann man gucken schon mal hier hier drüber wenn er schießt und er ist drüber geschossen und er kommt jetzt auch schaut mal also wir haben hier wirklich einen super schönen ausbruch gehabt jetzt er sehr schön drüber geschossen wirklich schön drüber geschossen drei minuten und 92 prozent seht ihr das 92 90 prozent schaut mal dahin das ist doch einfach mega das ist ausbruchstrategie meine freunde wirklich mega ausbruchstrategie wenn ihr mal bock habt auch zu sehen wie das live trading mit der ausbruchstrategie funktioniert schaut mal auf meinen kanal vorbei da sind nämlich videos von unserer live session schaut die playlist an einfach meeting live meeting sucht auf meinen kanal nach der playlist live meeting da seht ihr alle live meetings die ich aufgenommen habe und wie wir da die ausbruchstrategie zusammen trainiert schaut mal dahin mega mega mit ansage wieder mit ansage hier wie wir sehen oder das ist genial also wirklich super schön wie gesagt ihr kriegt auch das ebook dazu wo ihr die ausbruchstrategie euch erlesen könnt verschiedene formationen für die ausbruchstrategie und die bekommt ihr eben wie gesagt wenn ihr in der trader gang seid wie ihr in die trader gang kommt erzähle ich euch am ende des videos und ja schauen wir jetzt hier mal nochmal diesen schönen trade an wir haben hier noch eine minute jetzt ich denke mal das wird noch passen also wer noch nicht bin binäre option überhaupt kennt binäre option ist ganz einfach zu erklären ihr sagt von in einem von euch vorgegebenen zeitraum ob zum beispiel hier ein währungspaar fällt oder steigt wir haben mir gesagt innerhalb der nächsten drei minuten haben wir hier eingestellt innerhalb der nächsten drei minuten steigt der kurs habe ich gesagt ermittle ich eben durch die ausbruchstrategie und wenn er dann hier unter dem über dem grünen ist nach drei minuten seht ihr über dem grünen strich bekommen wir zurück 192 dollar nach drei minuten bei 100 dollar eingezahlt also binäre option könnte wirklich schnell geld verdienen mit wenn ihr eine richtige strategie habt 100 dollar eingezahlt wie wir hier sehen 192 im gewinnfalle zurück 11 sekunden noch ich denke mal da wird nichts mehr groß passieren und wir haben den trade dann auch gewonnen 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 so wieder ein gewinn posten wir gleich bin so wie gesagt hier gepostet hier das ergebnis gepostet jetzt schauen wir mal wir hatten noch aus schweizer franken und eingezeichnet ah ne der ist jetzt zu zu stark gestiegen zu stark gestiegen ich denke aber mal dass er hier also hier in der range hier wird er dann wieder abfallen und nach unten eventuell denn hier haben wir eine resistenz zone und da könnte man eventuell sagen wenn ich hier wieder nach unten durchbricht könnte man auch nach unten trainen außer er bricht nach oben durch dann wäre es dann wäre es nach oben natürlich ein signal aber ja ich würde sagen wir kommen jetzt mal dazu zu der strategie noch mal ein bisschen kurz gesagt was die ausbruchstrategie ist kurz angerissen für euch oder ich suche es mal ich suche es mal ich suche es mal wartet mal ich bin gleich wieder da ich suche euch ein sehr gutes beispiel so hier ist das beispiel ich habe euch hier beispiel jetzt mal eingeblendet was die ausbruchstrategie ist wir schauen immer nach einem seitwärts trend sehen wir hier das ist ein seitwärts trend sehen wir da geht es runter hoch runter hoch runter hoch runter und hier unten haben auch noch einen seitwärts trend das ist das kommende hier sind seitwärts trend sehen wir runter hoch hoch runter und also wir suchen die seitwärts trends die sind wichtig für uns wir traden aber die ausbrüche diese hier die dann ausbrechen aus dem seitwärts trend diese sache traden wir dann und ich sage immer zu meiner trader gang das hier oben sind becker also das sind becker die seitwärts trends sind becker da werden semmeln verkauft semmeln werden hier verkauft alle kaufen hier die semmeln sind die semmeln leer müssen die leute zu fuß zu fuß zum nächsten becker gehen das hier ist der nächste becker hier wäre jetzt wieder sehr wir traden den fußweg nach unten den ausbruch hier ist jetzt wieder semmel verkauft beim becker und wir würden jetzt hier wenn ich euch das mal einzeichnen wir würden jetzt hier also das ist der semmel verkauf vor dem becker und wir würden jetzt hier wenn es hier ausbricht nach unten wenn die semmeln hier drin leer sind also alle verkauft und er bricht dann aus weil die semmeln leer sind so gehen wir den weg zum nächsten becker entweder nach unten oder nach oben mit ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erklärt so ganz genau funktioniert die ausbruchstrategie wie gesagt ihr habt ihr die ausbruchstrategie auch erklärt mit vielen beispielen falscher ausbruch richtiger ausbruch das bekommt ihr kostenlos wenn ihr in der trader gang seid ihr kommt in die trader gang wenn ihr über uns bei pocket option einen account eröffnet und mindestens 500 dollar 1 hat die 500 dollar bleiben natürlich bei euch auf eurem konto und und ja lasst mich bitte in die trader gang rein ich möchte kostenlos mit euch live train möchte kostenlos die strategie ich möchte kostenlos auto train schaut auch mal auf meinen kanal auto trading ist auch mega geil geht mit pocket option haben wir auch richtig nice strategien für leute die arbeiten sind und einfach automatisch geld verdienen möchten die auto trading strategien haben wir auch da würde ich sagen ihr findet alles unterhalb des videos in der beschreibung also alle links für pocket option anmeldung und meine whatsapp daten ebenfalls im ersten kommentar meldet euch an bei pocket option wenn ihr geld verdienen wollt mit binären optionen und natürlich in die beste trader gang kommen wollt dann würde ich sagen ich wünsche euch einen erfolgreichen montag happy trading wir sehen uns im nächsten video oder heute abend im live trading bei balaboom balabang